Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und wir besprechen die neuesten Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Tagesschart. Wie ihr sehen könnt, in den letzten Tagen sind wir hier von ca. 67.000 Dollar auf 59.600 Dollar abgefallen und das war hier eine Korrektur von ungefähr 11%. Mögliche Gründe dafür sind einmal, dass hier in den letzten Tagen die Funding-Fees sehr stark angestiegen sind. Immer wenn die Funding-Fees relativ stark ansteigen, hat das zu bedeuten, dass einfach viele Trader mit einem hohen Hebel im Markt sind und dann haben wir einfach deutlich mehr Longs als Shorts. Dann müssen die Longs die Shorts bezahlen und dann steigen die Funding-Fees. Ebenfalls haben wir auch gesehen, dass in den letzten Tagen sehr viel Gier im Markt war. Ihr seht hier seit letzter Woche waren wir hier im Extrem-Gier-Bereich sogar und einfach, wenn wir sehen, sehr viel Gier im Markt, viele Hebel, dann ist einfach nochmal eine kleine Korrektur notwendig, um die Trader mit zu hohem Hebel aus dem Markt zu spülen, bevor wir dann die nächste Aufwärtsbewegung sehen können. Und was ich in den letzten Tagen vor allem auch sehr interessant fand, ist einfach, wie schnell das Sentiment wechseln kann. Als wir hier unten noch im Juli bei 30.000 Dollar waren, war die Stimmung im Keller und hier war einfach dieser FOMO-Preis, das Hopium, das wir jetzt mal wieder schaffen, auf 60.000 Dollar zu steigen. Und dann, als wir von 67.000 Dollar auf 60.000 Dollar runterkorrigiert sind, was ja wirklich nur 11% waren, dann auf einmal sind 60.000 Dollar nicht nur der FOMO-Preis, sondern der 4-Preis und dann werden manche sogar schon bearish, wenn wir bei 60.000 Dollar sind, obwohl die 60.000 Dollar hier oben ja immer noch das absolute All-Time-High-Gebiet ist. Also das finde ich immer wieder interessant, wie vor allem im Kryptomarkt so schnell von 4 auf FOMO und umgekehrt gewechselt wird. Also ich glaube, das gibt es in dem Ausmaß wirklich auch nur im Kryptospace. Denn wenn wir uns mir wirklich die letzten Tage anschauen, wir sind jetzt hier innerhalb von 22 Tagen ungefähr um 64% angestiegen und in den letzten 90 Tagen sind wir hier ungefähr um 130% angestiegen. Und auf dem Weg nach oben sind diese Korrekturen einfach notwendig, denn wenn wir zu schnell, zu hoch ansteigen, dann bildet sich in dem Sinn eine Blase, eine Bubble und dann wird die Korrektur umso stärker. Deswegen ist es deutlich besser, wenn wir auf dem Weg nach oben immer wieder 10, 20, 30% Korrekturen sehen. Und wenn wir jetzt die Korrektur hier oben mal anschauen, seht ihr eben, das waren wie gesagt nur 11% und 11% ist ja für Bitcoin absolut gar nichts. Das ist ja eine Intraday-Schwankung. Wenn wir uns zum Beispiel hier die letzten Tage anschauen, seht ihr hier unten das allein waren schon 10%, zuvor hier die Korrektur, das waren auch nochmal 25% und hier zuvor hatten wir etliche 10% Korrekturen, das heißt also 10, 11%, das will ich noch nicht mal eine Korrektur nennen, das ist einfach nur eine kleine Schwankung und nicht der Rede wert. Denn wenn wir uns hier auch mal den Chart übergeordnet technisch anschauen, sehen wir auch, wir haben hier unten ein Tief, wir hatten hier oben ungefähr bei 40.000 Dollar ein höheres Tief und wenn wir jetzt sogar hier nur runterkommen würden, bis auf 50.000 Dollar, wäre das immer noch absolut kein Problem. Das wäre von dem Ausmaß her gerade mal eine 25% Korrektur und wir würden hier technisch einfach immer noch ein höheres Tief formen und wären somit immer noch ganz klar in einem Aufwärtstrend. Wir haben hier oben dann immer noch ein Hoch, ein höheres Hoch, nochmal ein höheres Hoch und von hier aus können wir die nächste Aufwärtsbewegung in den 70.000 Dollar Bereich sehen und hätten dann hier immer noch ein höheres Hoch und somit hätten wir selbst, wenn wir jetzt auf 50.000 Dollar runterfallen, würden immer noch ganz klar ein Aufwärtstrend vorliegen. Das können wir hier auch nochmal durch Trendlinien besser darstellen. Wir können einfach die Tiefs miteinander verbinden, machen die hier in einer anderen Farbe und dann verbinden wir hier oben drüber auch noch die Tops miteinander und da seht ihr, dass wir hier uns in einem Aufwärtstrend befinden und selbst wenn wir jetzt von dem oberen Rand nochmal runterkommen würden, auf dem unteren Rand hier circa 50.000 Dollar, seht ihr, dass das hier immer noch absolut kein Problem wäre, denn es wäre immer noch in dem Aufwärtstrend ein höheres Tief. Ebenfalls haben wir eben auch gesehen, dass der RSI hier in den letzten Tagen sehr stark angestiegen ist auf 80.000, wenn wir so stark ansteigen, ist das auch notwendig, dass der RSI nochmal ein bisschen korrigiert. Wir haben auch gesehen, der stochastische RSI war ja sehr lange auf dem bullischen Niveau über 70.000, das heißt auch der RSI konnte ich das hier noch wiederholen und jetzt haben wir einfach nochmal Platz für die nächste Aufwärtsbewegung in dem RSI und für die nächste Aufwärtsbewegung hier in dem stochastischen RSI und dann rechnen wir auch damit, dass wir hier in den nächsten Wochen die nächste Aufwärtsbewegung sehen werden in Richtung 70.000 Dollar und darüber hinaus. Jetzt befinden wir es auf dem Bitcoin-US-Dollar-Wochenstart, ich habe jetzt hier den linearen Graph aktiviert, weil wir hier einfach wirklich besser auch sehen, dass wir hier immer noch letzte Woche eine Wochenkerze auf Allzeithochniveau geschlossen haben und die jetzige Wochenkerze auch, wenn wir hier etwas korrigiert sind, seht ihr, befindet sich der technisch immer noch höher als die letzten Wochenkerze, wenn wir hier auf den Candle Close schauen und ihr seht, so gesehen kann man sagen, dass die jetzige Wochenkerze hier nur ein Retest auf das vorherige Allzeithoch auf Candle Close Basis ist, das bedeutet also meiner Meinung nach, gibt es hier auf dem Wochenchart auch absolut noch keinen Grund zur Sorge. Wir sehen immer noch nach wie vor, der RSI-Abwärtsbewegung ist gebrochen, der RSI zieht nach oben, wir haben immer noch einen bullischen, doch rassischen RSI-Quest, das heißt wir haben immer noch bullisches Momentum und somit gibt es meiner Meinung nach hier noch keinen Grund zur Sorge und hier seht ihr vor allem auch nochmal, was für gewaltige drei Wochenkerzen wir hier hatten, wir sind innerhalb von, mit drei Wochenkerzen von 42.000 Dollar bis in der Spitze auf 62.500 Dollar angestiegen und nach solch einem starken Anstieg muss einfach eine Korrektur folgen. Das bedeutet also, selbst wenn jetzt hier oben die 60.000 Dollar auf Wochenschlussbasis nie streichen, ist das meiner Meinung nach immer noch kein Grund zur Sorge, denn wenn wir hier einmal das Hoch mit dem letzten Tief verbunden mit den Fibonacci Retracement Level, dann seht ihr, dass wir hier das 0,5er und das 0,6er Fibonacci Retracement Level, was ja beides sehr starke Support Level sind, hier zwischen 56.000 und 53.000 Dollar haben. Das heißt also, wenn jetzt hier oben die 60.000 Dollar nicht halten, rechne ich damit, dass wir in diese Zone abfallen zwischen das 0,6er und das 0,5er Fibonacci Retracement Level, hier Support finden werden, hier dann auch ein höheres Tief formen, bevor wir dann die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 70.000 Dollar und darüber hinaus sehen. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir erst eine größere Korrektur von 30% sehen werden zum späteren Zeitpunkt, wenn wir schon deutlich über 70.000 Dollar angestiegen sind. Kommen wir jetzt in Bitcoin News und hier können wir sehen, dass der Pensionsfonds für die Feuerwehrleute der Stadt Hosten in den Vereinigten Staaten jetzt in Kryptowährungen investiert haben. Dieser Pensionsfonds verwaltet insgesamt 5,5 Milliarden Dollar und sie haben jetzt 25 Millionen Dollar in Bitcoin und Ethereum investiert und hier kann man natürlich sagen, was sind schon 25 Millionen Dollar, wenn dieser Pensionsfonds 5,5 Milliarden Dollar verwaltet. Das ist ja eine lächerliche Summe und nicht der Rede wert. Die Meinung kann ich verstehen, aber meiner Meinung nach geht es hier gar nicht um die Summe, um die 25 Millionen, denn meiner Meinung nach ist hier das Zeichen, dass der erste staatliche Rentenversicherer, also Pensionsfonds, in Bitcoin investiert hat, die wahre News, um die es hier geht, denn wenn wir sehen werden, dass dieser Pensionsfonds jetzt Erfolg hat durch sein Investment, dann werden meiner Meinung nach weitere Pensionskassen folgen und auch in Kryptowährungen investieren und insgesamt die Pensionskassen in den Vereinigten Staaten verwalten ungefähr 8 Billionen Dollar und wenn diese dann nur 1% bis vielleicht 5% in Bitcoin investieren, dann sind das trotzdem gewaltige Milliardenbeträge, die in Bitcoin oder generell in Kryptowährungen laufen werden und das wird sich dann natürlich auch sehr positiv auf den Preis auswirken. Ebenfalls sehen wir, dass das institutionelle Interesse an Kryptowährungen weiter steigt. Der Vermögensverwalter Pimco, welcher über 2 Billionen Dollar verwaltet, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung in Kryptowährungen weiter ausbauen möchten. Sie möchten jetzt anfangen, Kryptowährungen zu investieren. Sie werden jetzt also nicht direkt physische Kryptowährungen kaufen, sondern sie werden anfangen, über höchstwahrscheinlich Futures Kryptowährungen zu traden. Nichtsdestotrotz ist das hier ein klares Zeichen, dass institutionelles Geld an Kryptowährungen investiert sind und das haben wir beispielsweise auch schon gesehen bei dem ProShare Bitcoin Futures ETF. Dieser ist ja sehr gut angekommen, hat ein Volumen von über einem Jahr der Dollar am ersten Handelstag bei seiner Eröffnung erreicht und jetzt sehen wir schon den zweiten Bitcoin Futures ETF von Valkyrie und in einer Woche ungefähr wird schon der nächste Bitcoin Futures ETF von VanEck folgen. Also wir sehen wirklich, dass institutionelle Interesse an Kryptowährungen ist extrem groß. Aber auch für Retail Investoren gibt es positive News, denn Walmart hat bekannt gegeben, dass sie jetzt in ihren Filialen über 200 Coinstar Bitcoin ATMs aufstellen, also Maschinen, wo man dann direkt mit Cash Bitcoin kaufen kann. Somit sind einfach nochmal die Eintrittshürden in dem Markt deutlich reduziert und in Walmart werden dann wahrscheinlich auch verschiedene Kunden auf Bitcoin oder generell Kryptowährungen aufmerksam und somit können dann einfach und schnell neue potenzielle Investoren den Markt betreten. Schauen wir abschließend auf die Bitcoin On-Chain Daten. Hier können wir sehen, dass das Supply auf den Börsen weiterhin abfällt. Wir sind jetzt auf einem Tiefpunkt angekommen, den wir das letzte Mal 2018 gesehen haben. Hier war ein Bitcoin noch ungefähr 3.000 bis 4.000 Dollar wert und ihr seht auch, wir sind hier schon deutlich unter das Level gefallen, was wir hier im Mai bei 60.000 Dollar hatten. Also ihr seht, Bitcoin wird weiter von den Börsen gekauft, abgehoben und auf Cold Storage verlagert, um sie eben langfristig zu halten, da eben noch der Großteil der Investoren davon ausgeht, dass wir noch einen steigenden Bitcoin-Preis, also das zweite Peak vor uns haben. Und was hier auch wieder sehr interessant ist, ist, dass wir sehen, dass die Retail-Investoren in der großen Masse noch nicht, im Markt sind der Retail-Fomo, ist noch nicht da. Ihr seht bei den Google Trends, wir sind hier wirklich noch auf sehr geringem Niveau, was die Bitcoin-Suchanfragen bei Google angeht. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem Bitcoin 2017, mit dem Bitcoin-Bull-Wan, hier war ja der gesamte Bull-Wan getrieben von FOMO und von Retail-Investoren. Und ihr seht auch, was wir hier für ein massives Peak hatten bei den 20.000 Dollar, das haben wir bisher, obwohl wir ja diesen Preis schon verdreifacht haben bei 60.000 Dollar, nicht mehr erreicht. Und das zeigt uns einfach, dass der jetzige Bull-Wan getrieben wird von Institutionen und nicht von der FOMO, von Retail-Investoren, wie wir 2017 gesehen haben. Als wir hier 2017 ungefähr so im September bei dem selben Niveau waren, wie wir es hier jetzt aktuell bei 60.000 Dollar haben, da war Bitcoin noch bei 5.000 Dollar und als dann hier wirklich die breite Masse an Retail Investoren den Markt betreten haben, sind wir hier angestiegen mit dem Peak bis auf 20.000 Dollar und meiner Meinung nach wird hier die Retail Fomo noch kommen auf den Weg auf 100.000 Dollar. Ich gehe davon aus, dass wir hier nochmal einen Peak sehen werden, was höher ist als das Mai und vielleicht sogar höher als das von 2017 und die Retail Investoren werden meiner Meinung nach den Preisen nochmal ordentlich nach oben katapultieren. Wir sehen hier auch schon, dass hier die Google Trend Anfragen leicht am ansteigen sind und wir haben auch schon gesehen, dass in den letzten Tagen bei Paypal hier wieder ein erhöhtes Trading Volumen aufkam, das wäre jetzt der vierthöchste Spike hier von 145 Millionen Dollar, die wir bisher gesehen haben. Das bedeutet also, die Retailer kommen jetzt langsam nochmal in den Markt, wo wir das Alltime High überschritten haben und das wird sich dann meiner Meinung nach auch noch sehr positiv auf den Preis auswirken, sobald der Retail Fomo den Markt betritt. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, so dass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.